Wie mache ich denn das jetzt? Ich muss eine Höhle finden. Ich muss für nachhaltiges Essen sorgen und eine Höhle finden. Und erst wenn ich ein bisschen Eisen habe und nachhaltig Nahrung beschaffen kann, ich schmeiße gerade mein Zeug auf dem Tisch durch die Gegend, dann, dann, nur dann kann ich erst anfangen, mich hier irgendwo häuslich richtig einzurichten. Erst dann macht das wirklich Spaß. Erst dann ergibt das Sinn. Erst dann ist das cool. So, ich brauche noch ein bisschen Holz. Dabei läuft irgendwie eine epische Mucke. So schön ist es, Misschief Makers. Ein total geiles Spiel. Das ist für das N64 damals rausgekommen. Das war total unbekannt, aber meine Eltern und ich, wir haben das Spiel total gehypt damals. Mein Vater hat das stundenlang gespielt mit meiner Mutter und mir. Das war Einzelspieler, also einer hat gespielt. Und zwei haben zugeguckt. Und das war so geil, ey. Oh, das waren Zeiten, da ist noch die eigenen Eltern, die besten Zockerkumpels waren. Und jetzt, jetzt ist mein Vater nicht mehr würdig bei Mario Kart. Oh, mein Vater ist so schlecht bei Mario Kart geworden. Weil er nie driftet. Er driftet nicht gern. Und bei Mario Kart 8 muss man driften. Und er macht das nicht. Warum erzähle ich euch das? Wir gucken, er hat kein Mario Kart. Wir gucken, Macraft. Und stirbt, du nirgendertes Lebewesen. Ich lüge euch gerade eigentlich indirekt an. Ich tue so, dass ich hier gerade alles erkunde. Aber in Wirklichkeit habe ich gerade keine Ahnung mehr, wo wir sind. Und so gerade verzweifelt unser Zuhause. Warte mal, hier ist ein Sumpf. Müssen wir doch ein Sumpf? Wir müssen doch ein Sumpf, oder? Bitte sagt mir, dass wir doch ein Sumpf müssen. Oh, im Himmelswillen, ey. Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Shit. Aha, jetzt machen wir es. Ich liebe das Lied. Das ist so episch. Das ist so episch im Gegensatz zu mir. Ich bin so ultimativ unepisch. Oh, alter Pilz. Was sind die viele Hühner? Das ist ja schlimm. Da kriegt man ja Angst. So. Bin ich jetzt hier richtig? Ne, hä? Na klar, scheiße. Habe ich irgendwo noch? Ja, Essen. Da bespielt es uns in der Nacht. Ist das um Schnee? Da ist Schnee. Da wohne ich. Es ist cool, dass ich direkt so zwischen Sumpf und Schnee gebaut habe. Weil das hat halt eben auch einen guten... Oh, das ist Lava. Das hat halt eben auch einen relativ guten Wiederkennungswert. Insofern, dass ich weiß, wo ich hin muss. Wenn ich nicht weiß, wo ich hin muss. Ja, das ist jetzt gerade so ein bisschen obvious. Ja, sorry. So. Oh, ich bin ein bisschen Killerin. Das ist unglaublich. Wenn ich euch einfach immer alle töte, weil ich so fies bin. Oh Gott. Ich höre ein... Hallo, du blödes... Na, 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 na. Eh. Es gibt keinen Frieden vor mir, Baby. Oh, oh. Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Ich bin der Kohle. Ewige Mucke zum Kohle-Abbau. Ähm, da. So, ähm. Bam. Bam. Ich bin gerade, von welchem Spiel die Musik war. Ah, okay. Von Urban Origins. Oh, ich habe kein Damage gekriegt. Ein, boah, auf meine... Oh, auf mich. Da oben sehe ich es schon... Jungen? Hallo? Ist hier irgendwer? Hallo? I'm afraid of shit. Ähm. Ich weiß noch mal ganz kurz, ob die Musik zu lauter oder zu leise ist. Ich könnte mal die In-Games auch zu leiter machen. Leiter machen, genau. Zwischen lauter und leiser. Leiter. Master Volume. Keine Ahnung. So? Ich weiß nicht. Wah-ha-ha-ha-ha. Don't fuck with me. Wah-ha-ha-ha-ha. Komm. So. Jetzt kann ich... Ich bin so dumm... Alter, wieso bin ich eigentlich so dumm... Hal... Pfff. Ich will doch noch... Hohohohohoho. Komm. Please. Danke. Oh. Flames, hört auf damit. Ihr dürft das nicht. Ihr müsst jetzt funktionieren. Ihr müsst Leistung bringen. PC. Ich habe... Zwei Kunde. Warum ich mir einen... Tabus einen 200 teuren... Stadtrechner gekauft habe. Um Minecraft zu spielen. Mit guten Shader. Und... Um... Mit meinen Freunden... Leckfrei... Ähm... Nidder zu spielen. Da ich dann kaum noch nidder gespielt habe. War das total sinnlos. Und ich habe quasi diesen... 1200 Rechner... Für Minecraft gekauft. Ja. Also habe ich quasi Minecraft für 1200 Euro gekauft. Yeah. Nee, der Rechner ist auch so üppis geil. Da rennt er voll krass und so. Und ihr hier macht jetzt hier hin, ne? Ja, ihr, ihr... Ihr müsst schön wachsen. Ich weiß gar nicht, ob das was bringt. Ich glaube, da haben wir jetzt was gebracht. Wenn ich jetzt hier noch so eine übelst geile Fackel daneben stelle. Ist da vielleicht irgendwie ein höherer Lichtlevel oder so? Ach, ich habe doch keine Ahnung. Ich bin dumm. So. Und jetzt steht so... Ich bin gerade erschrocken. Weil ich habe da drüben meinen eigenen Schatten auf dem Baum gesehen. Ich bin diese gute Grafik gar nicht gewohnt. Ich muss mich erst mal daran gewöhnen, dass das ja alles voll krass gerade ist. Was ist denn hier los? Hallo? Ich trau mich gerade irgendwie nicht da rein zu springen. Da ist... Achso. Wow. Es ist... Das Schaf vor allem. Das Schaf des Todes. Es ist getarnt. Als Huhn. Schaut euch seinen geilen Arsch an. Und da geht es davon. Okay. Ich finde das übelst krass, dass es nachts grau wird. Das gefällt mir irgendwie total. Don't know why. Und jetzt schnell pennen. Ich glaube, die ganzen Mutter sind schon gespawnt. Fucking. So, rein. Und pennen. Ja, ich schlafe immer so. Ich mache immer, wenn ich ins Bett gehe. Nein, nur wenn ich mich ins Bett reinhaufe, wenn ich alle bin. So, ähm... Und du kommst erst mal hier rein. Zwischen... Das brauche ich nicht. Das brauche ich auch nicht. Ich behalte dich, wie gesagt. Das brauche ich eigentlich auch nicht. Die ganzen ITEMs, die ich brauche, weinen nicht so übelst. Die braucht mich nicht. Ich bin ein so tolles... Ein tolles ITEM. Ich bin so behindert und scheiß gerade. Tut mir leid. Ich freue mich noch gerade so. Oh, ich kann noch was essen. Erst mal frühstücken. Ich mag die Musik voll. Also, die von KK. Sollte ich vielleicht mehr rein tun. Okay. Was geht hier ab? Machst mal. Macht mal was. Vielleicht muss ich auch mal nachhelfen. So ein bisschen... Ich weiß nicht, wächst das nach? Ich habe keine Ahnung. Ich mache hier gerade alles blank. Weil ich so total fies bin. So, wow, zwei Samen. He, 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 Samen. So. Nein, ich bin... So, das muss erst mal reichen. Ich hoffe, da wächst was. Das wäre unheimlich cool. So. Mach ihn. Los, wachs. Los, 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 los. Los. Bist du ein Mann oder eine Maus? Ha. Toll. Gucke ich mal nach meinem Essen. Und dann gehe ich ultimativ auf Eisensuche. Weil wir müssen ja hier mal vorankommen. Man muss sich ja erst mal so eine kleine Existenz aufbauen. Und wir sind gerade voll dabei. So, kurz überlegen. Ach ja. Oh, toll. Ich habe keine Kohle mehr. Ja. Jetzt ist es wieder drin. Ich habe gerade einen Sandkorn zwischen meiner Hand und der Maus. Keine Ahnung, warum ich das gerade verbal kommentieren musste. So. Ähm. So. Und das hier so. Wie hell das ist. Das ist so geil. So. Ähm. Wie machen wir das mal? Ähm. Ich glaube, da hinten waren so Sachen, wo halt Eisend sein können. Und da, das sind so Berge und so. Das ist dann eher so High-Stuff. Was ist eigentlich hier so? Gar nichts. Super. Toll. Dann komme ich jetzt hier raus. Ich bin so dumm, ey. Das ist unglaublich. Leck mich doch im Arsch. Tut mir leid. Ja. Keine Mutter, dass es lange dauert, wenn ich das Falsche nehme. So ein bisschen. Äh. Ich bin halt so ein bisschen grenzzivil. Das gehört dazu. So. Das ist wieder ein Huhn. Aber das heißt, wenn ich jetzt mal in Ruhe. Das ist noch ein Huhn. Also. Hühner. Hört doch mal auf. Ihr macht mich fertig. Fertische. So. Ich muss mich jetzt so ein bisschen erstmal, wisst ihr? An die ganze. An den ganzen Spaß hier gewohnen. Hm. Ich kriege gerade nichts auf die Reihe. Hallo. Bin ich ein bisschen dumm? Danke. So. Ich brauche Licht. Doch. Ich brauche Licht. Besonders ich. So. So ein bisschen, wisst ihr? Als Mensch pinklich, dann ist ich überall irgendwo dagegen. Als Mensch bei Minecraft letztlich zu markieren. meines, meines Gebietes, äh, Fackeln ein. Damit ich weiß, oh, hier warst du schon mal. Du musst ja in der Nähe von deinem Haus sein. Das da oben. Ach, das ist ein Huhn von hinten. Oh, Alter. Ist eigentlich das? Das sieht ja übelst episch aus. Ja. Kommt einfach so Wasser raus, ne? Davon ist bestimmt auf dieser kleinen Insel Eisen. Das sieht schon so potenziell eisemäßig aus. Oh, 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 Kohle. Kohle braucht mir am Anfang auch noch sehr viel. Deswegen möchte ich jetzt hier mal nicht mäglich sein. Dann nehmt ihr einfach mal mit. Please. Oh, Kohle. Du bist so gut. Kohle, du bist so gut zu mir. Komm. Bäm. Mach hin. Und wenn wir Eisen haben, können wir uns in einer Eisenspitze holen. Und dann geht es noch schneller. Yeee. So. Viel Kohle haben wir jetzt. Ich sehe es nicht. Super. Aber hinläuft epische Pokémon-Mucke. Übrigens, Pokémon Feurod wird dabei zu Ende sein. Ich werde im November für den 3DS Pokémon Omega Rubin und oder was Dingens Rubin. Äh, diese Remakes von Rubin und Saphir. Das waren Omega Rubin und Alpha Saphir oder Alpha Rubin und Omega. Ne, ich glaube, es war andersrum. Ich bin ein bisschen dumm. Habe ich ja schon erwähnt. Das werde ich auf jeden Fall anfangen. Und bis dahin möchte ich bestimmt auch noch mal irgendein anderes Pokémon-Spiel spielen wollen. Weil dazwischen ist er zwölf jetzt. Noch bis November. Und ich wollte eben... Ist das Eisen? Wow! Alter, du kleines, krankes Vieh. Alter. Kommt er hier übelst angechampft. Boah. Alter. Ja, mein Vokabular beschränkt sich auf Dingsi und Alter. Komm nur her. Boah. Da kommt mir erst mal so ein kleiner Baby-Zombie ins Gesicht. Hä? Ah, da. Da kommt er her. Ach, ich finde kein Monster an doch. Ich bin voll da. Was ist da da? Ich habe es mal drauf. So. Hm. Ein bisschen hell machen hier. Da vorne ist auch ein Skelett. Boah, Alter, das Licht. Alter. Epischer geht es nicht, oder? Und zu dieser... Ähm. Boah. Wollt ihr... Alter, wollt ihr mich verarschen? Alter. Ja, mir fällt gerade einfach nur noch Alter ein. Das ist auch einfach, Alter. Was ist hier... Was hier auf der Map abgeht? Ich habe Dinge, die ich gut kann. epische Maps. Random generieren, wo ich einfach nur Alter sage. Ey. Alter. Nicht töten. Bitte nicht töten. Bitte hört auf damit. Nein. Geht weg. Ah. Nein. Nein. Alter. Verfolgen die mich? Ah. Äh. Geh weg. 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 Ja. Alter. Habe ich schon mal Alter gesagt? Boah. Da war aber Eisen. Ich muss das Eisen haben. Oder ich muss mir einen neuen Platz suchen. Oh, das Herz ist so schön. Ich glaube, ich muss mir einen neuen Platz suchen. Mal erst mal was essen. Okay. Ich glaube, das ist auch wieder K.K. Das Lied. So, gibt es hier irgendwo Eisen? Was ist denn das? Ist das Eisen? Ich habe keine Ahnung, wie Eisen hier aussieht bei deinem Text. Drop Hack. Bist du Eisen? Ne, du bist Sand. Was bist denn du? Was bist denn du? Du bist Kraviel. Ah, da war es sonst schon auch noch Kraviel. Schade. Kacke. Kacke. Oh, da war es ein Kuh. Da. Hallo, Kuh. Weißt du, wo Eisen ist? Ich trau mich irgendwie nicht. Ich bin auch so klein im Publikum. Au. Kannst du mal bitte mal offen, mich selbst hier so zu massakrieren. Das wäre äußerst intelligent von mir. Aber, ja. Nee, ne. Kriegt man nicht hin. Boah, ich muss erst mal Eisen finden. Ist wieder, ähm, Kohl. Ich glaube, Eisen gibt es ab welchem Level von Tiefigkeit. Das Wort gibt es nicht. Ich weiß. Findet man denn Eisen? Ich gehe mal wieder zurück. Ich gucke mal von meinem Ausgangspunkt aus. Ähm. Ach, das fühlt sich falsch. Ich gehe mal wieder zurück. Ich gehe mal hier oben lang. Oh, noch Schaf. Jee. Ist hier irgendwo Eisen?